Hallo und so und schön, dass du dabei bist. Wir spielen eine Runde Minikraft, äh, Bedwars. Genau, auf Gomme, weil Revy ist grad ein bisschen komisch und tja, auf der Waze hab ich grad auch keine Lust, weil da das Bedwars nicht so cool ist. Und wir spielen auf Cube World, das heißt, untenrum bauen und er macht natürlich genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil macht er. Warum? Wozu schreibe ich überhaupt was mit diesen Mates? Ich hatte grad eben schon ne Runde, die ich eigentlich auch hochladen wollte, aber Mates, einer war kompetent, wir hatten aber vier, die im TS waren oder über Skype oder was weiß ich auch. Tja, und die hatten wohl ein bisschen mehr Skill, als der Durchschnitt hier. Und, ja, somit war die Runde eigentlich entschieden. Wir haben Instant verloren eigentlich. Tja, es wäre möglich gewesen, hätte ich irgendwie Titus dabei gehabt, aber den hatte ich grad in dem Moment nicht. Zack. Och, Jungs! Wenigstens noch Suizid mitgenommen. Naja, also mein GPU-Beschleuniger, deshalb ist es auch grad noch ungeschnitten, mein GPU-Beschleuniger funktioniert leider immer noch nicht. Wir sind grün, genau. Und deshalb kann ich ihn noch nicht schalten. Wie gesagt, das ist blöd und eigentlich auch total unlogisch, weil ich eine Nvidia-Grafikkarte habe und damit sollte das eigentlich ganz easy gehen, den zu installieren bzw. zu aktivieren. Aber funktioniert halt grad nicht. Mein Bildschirm funktioniert auch nicht. Das heißt, es liegt wahrscheinlich wieder mal an Windows und Windows-Bugt, seitdem ich meinen PC neu aufgesetzt habe. Das ist echt lustig. So, aber davon lasse ich mir jetzt, ja, davon lasse ich mir nicht die Laune verderben, aber von, von dieser Range lasse ich mir gerne mal die Laune verderben, aber er hat mich nicht bekommen. Ich merke mir einfach, dass die alle keinen Bogen haben und dann bin ich glücklich. Alter! Nein, ich hab keine Spitzhacke! Doch, ich hab ne Spitzhacke, was laber ich? Ja, was war das denn für ein Scheiß-Bug? Alles klar! Und die lassen wir natürlich durchrennen. G. G. Ich wollte G und Tschüss sagen und hab das in einem Wort kombiniert. Der ist tot, Jungs. Und wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Ne, da ist schon wieder einer. Ne, doch nicht. Hä? Was ist bei denen denn? So. Also, das war grad echt bug des Jahrhunderts. Komme natürlich richtig fresh. Ähm. Nein, nicht euer. Ernst, Ernst, Ernst. Ernst Ludwig Heinrich von Schwansenburg. Ernst Ludwig von Wichsenburg. Und Ernst Ludwig. Och, komm, leckt mir die Eier, wisst ihr? Ernst, ehrlich, das ist grad sinnlos, irgendwas zu machen um 19 Uhr. Da ist jeder Spast online. Der irgendwie mal gesehen hat, oh, es gibt ein Spiel namens Minekraft. Das habe ich ja vor 36 Jahren mal gespielt. 1983 habe ich das das letzte Mal gespielt. Das kann ich ja nochmal ausgraben und spielen. Und dann gehe ich mal auf, hm, mal gucken, die Serverliste. Oh, gomahd.net. Das klingt ja toll. Auf dem Spiel heatzt. Und mach alles kacki. Lol. Richtig viel Skill. Skill Überfluss. Skill Overdunk. Overheat. Was weiß ich. Baum. War das grad rot? Wenn ja. Alles klar. Das gibt Rache rot. Das gibt so was von Rache. So eine fette Dummheit lässt man ja nicht umgestraft hier. Wo ist der Typ überhaupt, der Blöcke möchte? Wenn er in der Mitte ist, nein. Wenn er in der Mitte ist, nein. Er ist eh in der Mitte, von daher. Ja. Man sollte vielleicht mal seine Position dazu schreiben. Wenn man nach Blöcken oder sowas dann fragt. So. So, rot. Den ersten haben wir. Und das Bett. Bester Bug mal wieder. Haben wir auch. Okay, rot. So, der ist weg. Wenn wir beide uns hier verstecken, beziehungsweise halt Taktiken ausüben, die keiner versteht, dann bringt das nix. Warum wusste ich, dass mein Bett gleich weg ist? Warum wusste ich das jetzt so genau? Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann meine Mates inzwischen einen Tag sehr gut einschätzen. Geil. Ne, Leute, ne. Ne. Ich nehme die Runde jetzt. Die lade ich jetzt hoch. Und, ihr könnt mir jetzt einen Kommentar schreiben. Jeder. Und dann nehme ich mit dir morgen auf. Egal, wer du bist, was du machst. Und wie du in Real Life hast. Weiß was. Auch wenn du ein Killer bist. Egal. Viel Spaß mit diesem Video. Oder ihr habt jetzt wahrscheinlich ganz schön Spaß, weil ich nicht schneide. Das Cheat. Und dann, ihr habt ja noch ein paar Mal. Und dann, ihr habt ja noch ein paar Mal. Und dann, ihr habt ja noch ein paar Mal.